Na, auch vom Euro-Jackpot gehört? Aber unsicher, wie es funktioniert? Mit Lotto Baden-Württemberg geht das ganz einfach. Beim Euro-Jackpot stehen pro Tippfeld 50 Zahlen zur Auswahl. Es müssen 5 Kreuze gesetzt werden. Außerdem werden zusätzlich 2 Euro-Zahlen zwischen 1 und 10 gewählt. Je mehr Zahlen man richtig tippt, desto mehr kann gewonnen werden. Wer 5 Zahlen und 2 Euro-Zahlen korrekt voraussagt, knackt den Euro-Jackpot. Im Gewinntopf stecken pro Ziehung mindestens 10 Millionen Euro. Jede Woche mindestens 10 Millionen Euro? Ja, richtig gehört. Diese Gewinnsumme ist bei jeder Ziehung garantiert. Maximal kann der Jackpot sogar auf bis zu 90 Millionen Euro anwachsen. Und das ab 2 Euro plus Bearbeitungsgebühr pro Tippfeld. Die Ziehung findet jeden Freitag im finnischen Helsinki statt. Unter lotto-pw.de können die Gewinnzahlen gecheckt werden.